Werf die Halstürme um. Helft uns die Wachtürme zu zerstören, mein Turm steht noch. Sperrt Saruman in den Turm von Orsan! Wir müssen die Türen seines Turms besetzen! Banditenpack, zurück in eure Scheune! Besetzen den Vorplatz am Fuß des Turms! Ja, das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Super! Nehmt die Türen, damit Saruman nicht entkommt! Ja, was ist denn da? Wir sind von der Rundle. Wir sind von der Rundle. Wir sind von der Rundle. 3.000er. Gott. Wir sind von der Rundle. Hier ist euer Willkommensgeschenk. Schnell, nehmt die Türen von Saruman's Turm! Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Batman. Nachrufe der Rundle. calmly inclusive! Die Stelle muss sterben sein. Deshalb kann es das gefäsidenten detection machen können und begrenweile zu lassen. Es geht darum, sie nicht zu clearingau überwäilation. Wir sind von der Rundle alright! Sehr gut. Ist das nun der Rundle. Besetzt den Vorplatz am Fuß des Doms. Das ist doch kein Bruder. Ja, natürlich! Alles! Mach euch aus! Besetzt den Vorplatz am Fuß des Doms! Ha, 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 ha! Mann! 3 Lehmann hast du noch! Der Osten streckt seine Hand nach euch aus! Zander! Ja, dann kriegst du ihn! Nehmt die Türen, damit Saruman nicht entkommt! Ja, dann kriegst du ihn in! BEST Building Daumanns Ende ist nah. Unser mutigster Krieger muss ihn nun in seinem Turm stellen. Anderl ist mit unserer Augen auf. Stellt euch der Hand! Maranakop. Der Heiziger. Lass rein, der jetzt nicht sterben will. Saruman versteckt sich am Ende der Treppe. Maaah. Du trinkst in mein Reichheit! Dafür wirst du sterben! Ja, natürlich. Du trinkst in deinem Turm. Gehe in den Turm und fälle den Verräter Saruman. Saruman sitzt in der Falle. Wir haben triumphiert. Der Führer. Okay. So. Ja, dann sind wir fertig jetzt mit der zweiten Mission. Seiner Macht beraubt musste sich Saruman der geballten Entschlossenheit seiner Gegner ergeben. Und am Ende wurde sein Verrat gerecht. Baumbart ist der neue Herr von Orthanc. Und die Gruben Isengards wurden von Sarumans Horden gereinigt. Doch die Macht des dunklen Herrschers ist nicht gebrochen. Denn Saruman war kaum mehr als ein Bauer, benutzt um Gondors Grenzen zu schwächen. In Mordor marschieren Saurons Armeen auf. Denn dieser Krieg hat gerade erst begonnen. Das ist ein Bauer und schlafen. Angelegen Sie eine, die Könige Taktik ist nichts.